Was ist denn, Nuttel? Was bist du? Ich bin der Zuhilte. Du bist mein vietnamesischer Freier. Achso. Oh, wir werden nicht jugendfrei. Unpolitisch ist nicht korrekt. Oh mein Gott. Das sowieso nicht. Ihr seid wirklich viel zu langsam. Entwickelt ihr etwa menschliche Gefühle? Braucht ihr etwas Aufmunterung? Vielleicht hilft das? Blue, du bist das beste Roboter-Modell, dessen Entwicklung Aperture Science je eingestellt hat. Ah, ich bin so cool. Warte mal. Wir müssen auf die beiden Töpfe drauf kommen. Also müssen wir... Wir müssen da doppelt gegenfliegen wahrscheinlich. Da und dann da oben hin. Genau, so geht das. Okay, und ich muss... Äh, da hin. Nee, du bist genauso hoch wie ich oben, sonst passt das nicht. Ähm. Da. Und dann da, oder was? Jo. Warte. Ach, halt. Counter wollte ich. Ah, daneben. Gibt's doch gar nicht. Du oder ich? Ich. Nochmal. Was, ey? Hat doch eben gerade funktioniert. Warum klappt das jetzt nicht mehr? Ich treff. Ja. Ich bin zu hoch. Weiter runter, ja. Immer noch zu hoch. Ich hab das Spiel ausgedrext. Ich hab das, was für eine Scheiße. Hochklappst. Jetzt. Äh, und Countdown. Was ist das hier? Ach so, eine Fahrbahn. Fahrbahn vor allem. Och, dahin geht dann eine Falle zu, okay. Äh. Äh, komm mal da raus. Komm mal da raus. Das ist doch wirklich ungesund für dich. Oh ja. Äh. Du gehst vor. Wenn man sich hier jetzt draufstellt. Nee, da oben ist ein Sprungbrett, guck mal. Was ist da oben? Hinter dir. Ist das Ding, oder was? Ach, da oben? Ja, da ist ein Sprungbrett. Ja, ich gehe nur gegen und betont. Genau. Ich kann nicht, dass ich diese Tests noch einfacher machen kann. Superphysik. Wollte da mal gucken, was das ist. Der Laser muss hier hinten hin, wie es aussieht, ne? Einmal. Was ist das Ding denn hier? Ja, das sind unsere ausfahrbare Entwicklungs. Hier löst der Laser wahrscheinlich aus. Der Laser geht unten durch, okay. Ich weiß gar nicht, wenn der Laser hin muss. Da oben ist auch ein Knopf devalieren müssen. Da oben müssen wir hier gegen. Ja, auch. Da kannst du wahrscheinlich auch für den Dinger da hinlaufen, oder sowas. Ist aber auch nix. Wir laufen wieder zum Failen in Höchstform auf. Ja, das kapiere ich jetzt aber echt nicht. Wenn man da oben ist. Okay, kommst du denn wieder oben an? Ich muss wahrscheinlich da hin, oder wird man da hinten durchgeschleudert irgendwie. Ich geh gleich mal gucken. Du kommst ja nicht mehr bis hinten hin. Äh, hä? Keine Ahnung. Du musst also... Äh, okay, musst du da hinten kommen. Ach, sind wir doof. What? Der weg. Der Laser muss wieder durchs Portal durch. Ach so, ja, wir sind wieder hochintelligent. Ja, dann fährt das Ding hoch. Ah, aber der Laser kommt zu tief, wenn du ihn hinstellst. Einer muss da stehen bleiben. Das ist ja auf Zeit. Aber jetzt müssen wir überlegen, wie wir weitermachen. Ja, ihr guckt erst mal, was du da oben hast. Ich stelle mich jetzt mal hinten hier. Ich sehe bloß nicht viel hinter mir. Das ist das Problem. Dann werde ich hochgefahren. Siehst du da irgendwas? Nein. Okay. Oh. Oh. Oh, 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 oh. Oh. Lauf, Schlampe. Lauf. Dann wirst du hochgefahren hier, ne? Ja, dann werde ich da hochgefahren. Bis zur weißen Kante da. Okay. Ja, dann kommst du aber auch nicht weiter. Oder sehe ich das halt? Ich sehe uns schon wieder failen. Der Laser muss durchs Portion durch. Dann fährt das Ding hoch. Was ist das für ein Knopf da hinten? Das rote Ding da. Ja, ja. Da werden wir wahrscheinlich, da werden wir gegengeschleudert. Das rote Ding löst die Platz vor mir auf, wo wir da draufstehen. Da gehen die blauen Punkte hin. Dann wird die wahrscheinlich hochgefahren oder irgendwas. Aber da oben gibt es nichts. Hier ist auch keine weiße Wand, ne? Ah. Was ist das für eine Röhre hier? Da müssen wir wahrscheinlich irgendwie reinkommen. Wir brauchen noch den Würfel, der da oben liegt. Irgendwie. Freilich. Und diesen Laser, den kann wir doch hier schon. Ja, aber da oben liegt ja noch einer drin. Dann müssen wir den doppelt umlenken oder so. Also bis nach hinten hinkommst du nicht. Dafür reicht dein Ding. Aber haben wir eine Sprint-Option? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht. Es ist wahrscheinlich wieder so offensichtlich und wir kapieren es nicht. Ja, ey. Ey, das ist doch wieder. Ja. 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 Ich muss mal erzählen, wie viel Zeit ich habe. Ja. Guck mal wie hoch das Ding gefahren ist. 4, äh komm weg da. Du bist noch höher gefahren. Noch höher? Ja bis da. Also du hast 4 mal Zeit das zu machen. Dann musst du da weg sein. Jetzt holen wir gleich nochmal. Gehen wir gleich nochmal hin. Gehen wir gleich auf die Plattform da hin. Mach das dann mal. Wir müssen ja in den Jumper da rankommen. Wir zwei nach oben. Ah Idee. Ey das geht auch nicht. Du musst die Portalzeilen setzen, die die Dinger oben lenken. Ok. Und ich muss dann da oben gegen. Und hier. Ah ok. Verstehe. Ob das klappt. Ich probere gleich, wenn wir das Land laufen. Fertig? Jo. Ich bin da gegen geknallt. Ah. Jetzt hat es aufgelöst. Ja gut. Gute Sache. Und da gegen noch irgendwie. Auch offen. Ja aber nur für ne kurze Zeit. Dann spring mal und ich das Portal. Ja gut. Okay hier ist keine Fortgewand. Dann hab ich dich jetzt durchgeholt. Mach mal nochmal. Mach wieder auf. Dann du. Irgendwie ist denn der schnellste Weg. Ne Jo. Du fällst da halt gegen. Geht auch nicht. Geht auch nicht. Ja. Und hier drin ist auch kein Portalraum. Keine Portalwand mehr. Warum ist denn die Decke so weiß und so weiter? Ich brauche irgendwie wieder was gehen. Wir müssen wieder zusammenarbeiten mit den Portals oder so. Da geht das gegen. Da geht das gegen. Da geht das gegen. Da geht das gegen. Hm. Wir machen halt das aus. Das wird glaube ich nichts. Äh. Komm mal nicht gegen. Ne sag ich doch. Äh. Mach nochmal. Ne. An der Decke vielleicht? Auch ein Engel. Alles klar. Keine Chance. Wenn ich hier stehen bleibe. Okay. Dann gehst du drauf. Zum Abschluss dieses Tests. Muss man sich übrigens nicht zermalmen lassen. Hast du gehört? Ach ne. Ach noch. Ach. Das wollte ich doch gar nicht. Ja. Der Würfel muss da wahrscheinlich gegen. Okay. Mach erstmal den Würfel da drauf. Und dann springst du in das Portal rein. Okay, jetzt komm ich da oben raus, okay. Aha! Geht's denn? Ja, danke. Der Olle würfelt wieder. Ja, ja. Prost. Dann nehmen wir jetzt schon wieder auf. Ich weiß es gar nicht, heute mal. Äh, 35 Minuten knapp. Au, das ist schon wieder einiges. Na ja. Na ja. Kam mir gar nicht so lange vor. Wir machen gleich wieder ein bisschen im Vorwurf, würde ich sagen. Muss wieder runterfallen. BAM! Sie nutzen niemandem. Sie sind völlig langweilig und wertlos. Dies ist ein langweilig und wertlos. Wie viel Denkzeit ihr für die wertlosen Dokumente verschwendet. Der richtige Antwort lautet 0 Sekunden. Aha. Hier kann man runter. Wir müssen uns aus diesem Dingsbums da wieder so ein Prisma besorgen, glaube ich. Ich bin jetzt unten. Unten ist nichts. Kannst du da irgendwie so einen Würfel auffangen, der da runterfällt? Ich kann hier ein Portal gegen. Wo? Wo ist denn unten bei dir? Hier, bevor ich stehe. Ah, da kann ich dann da... Genau, da muss ich dann wahrscheinlich reinspringen. Um oben hier den Knopf gegen zu kommen. Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Genau. So. Und welchen brauche ich? Den brauche ich. Dann kommt der Würfel. Wo? Wäre der nach oben geschleudert. Und fällt wieder rein unten nach unten. Dann muss... Wahrscheinlich muss ich den dann fangen. Wahrscheinlich, ja. Ach, geh aus dem Weg. Ja. Da. Müssten wir jetzt hier runtergejumpt? Da. Hier. Hier. Genau, du musst ihn da rein. Und du musst eins daneben setzen. So, fertig? Jo. Eins, zwei, drei. Äh, zu spät. Super. Bin ich aber hier drüben. Wie komme ich jetzt zurück? Weiß ich nicht. Ah, hier ist eine Wand. Bin ich wieder hier. Kommst du mal? Ach da. So, ich krieg nochmal eine. Gebe, gebe. Ja. Sag du das. Dass die keine Sprintfunktion haben, ey. Ja, fiech. Du hast Portlets. Was willst du denn noch? Ja, die kannst du aber nicht auf Treppen setzen. Jetzt habe ich ein falsches gesetzt. Geh weg, geh weg, geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Pass aber weiter in die Mitte. So. Ich... Ich... springe schon mal. Äh! Das war zu spät. Wenn der Countdown abläuft, wahrscheinlich muss ich jumpen. Oder kurz davor irgendwie. Okay. Wahrscheinlich kurz davor. Das könnte was werden. Das könnte was... Äh! Oh. Geh weg. Nein! Warte. Wunderbar. 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 So. Jetzt muss ich irgendwie zurück. So. Jetzt muss ich den umlenken. Da rein. Genau. Hinten rein, ja. Muss ich aber festhalten wieder. Was passiert? Äh. Das Ding hat angehalten. Das große Draht da hinten. Aha. Warte mal. Jetzt weiter. Müssen wir da hin? Ich weiß es gar nicht. Auch keine Ahnung. Gibt denn noch so ein Ding, wo man gegen... Ne, ne? Ne, ist da hinten noch irgendwas? Ne, ne? Ich weiß doch nicht, wo der Ausgang ist. Aber hier sind doch überall Portalflächen. Ja. Wurden wir auch nix, ne? Ne, da war nur das, was man da sieht. Okay, einfach mal gucken. Wenn man hier lang geht, dann... Aber wo ist denn überhaupt der Ausgang? Wo müssen wir überhaupt hin? Hm. Es muss dieses Oderat sein in den Händen. Ja. Ach, wie kommt man da rüber? Warte mal. Ich glaube, ich weiß wie. Ich halte es jetzt mal an. Genau. Ich spring mal. Genau, hier geht's weiter. Komm ich jetzt da rüber? Da ist irgendwo ein Knopf, womit du das Ding anhalten kannst. Warte mal, ich guck mal. Ja. Ja, hier sind's. So, ich nehme das Ding jetzt mal wieder raus. Warte mal, was ist da irgendwas? Warte, jetzt... Tab für Fahrtnerperspektive. Ja. Warte mal. Hier ist das so eine Art Kontrollraum oder sowas. Ich habe ja zwei Türschalter. Die machen, da habe ich nur die Tür auf. Und da ist doch so ein Laserding, wenn du nach links guckst. Ja, ja. Hier ist ein Laserding. Aber ich habe ja kein Laser hier. Das ist der Fan Shutdown. Ja. Den brauchen wir wahrscheinlich. Ist da irgendwo eine Portalfläche, mit der du mich rüberholen kannst? Ja, hier ist eine. Ja. Jetzt kommen wir zurück, dann halte ich das Ding wieder an. Dann machst du hier bei mir irgendwo eine rein. Das Problem ist, wenn ich hier rausgehe, ist mein Portal wieder weg. Wenn ich durch dieses Ding hier durchgehe. Du siehst es ja, ne? Ja. Kann ich hier durchschießen? Ne, ne? Warte mal. Du musst wahrscheinlich zurück. Dreh dich mal. Bleib stehen. Rück. Genau. Die Wand, wo der Schreibtisch steht. Hau da mal ein Portal gegen. Genau. Jetzt musst du wahrscheinlich zurück, dass wir den Laser dagegen lenken können. Irgendwie. Das ist, das ist ne Idee, ja. Aber ne, guck mal. Wenn ich hier wieder durchgehe, ist das ja wieder weg. Guck. Ja, dann... Ach Gott, ey. Machen wir das denn? Der Laser muss da wahrscheinlich irgendwie gegen. Damit der Fan geshut downed wird. Ja. Wie das da dran steht. Wenn ich hier wieder durchgehe, ist mein Portal ja wieder weg. Kannst du... Hast du jetzt in diesem runden Ding, hast du da irgendwo ein Portal? Fläche? Ne. Wenn du da durchgehst, ist es weg. Ja. Aber irgendwie müssen wir den Laser da ja reinkriegen. Ne Idee. Idee, Idee, Idee. Ne? Warte mal. Das geht doch durch Glas durch, das scheiß Ding, ne? Ja. Ah. Da ist doch Glas. Aber da komme ich nicht hoch. Das bedeutet... Äh... Aua. Hier gegen... Ne, geht nicht. Da gegen... Guck mal, du hast... Da hinten... Guck mal meine Perspektive an. Ja. Du hast da hinten über der 1 ein Portal... Fläche. Wo du hier gegen leuchten könntest. Da. Genau. Da kommt der bei mir hier raus. Mach das mal. Ne, ne... Komm ich nicht durch. Jetzt. Ne. Du musst den... Du musst es so einstellen, dass der aus dem hellblauen rauskommt. Und dann zu mir leuchtet. Heißt, du musst irgendwo auf dem 90 Grad Winkel mit dem Laser raufziehen. Komm aber nicht so hoch dran. Ne, du musst den auf dein Dunkelblau-Portal richten. Den Laser. Da kommt der bei mir hier raus. Hier hinten. Oder? Warte mal. Das blaue Portal muss noch höher. Nein. So schön. Äh... So. Jetzt da hin beim... Schreibtisch. Aha. Oh. Du musst sie doch hinfliegen. Da ist Stingel. Ich bin da hinten. Jetzt ist es... Jetzt muss ich da irgendwie noch rüber. Wie warst du da nochmal rüber gekommen? Äh... Hinter dir. Die... Die Regelfläche im Portal. Da. Und runter springen. Mit Portal. Aha. Yay. Jetzt müssen wir wieder mit Counter und die Tüldinger hier drücken. Okay. Siehst du. Geht doch alles. Insert Disc schon wieder. Mal wieder, ja. Wo ist denn die Disc? Da ist die Disc. Sehr gut. Ihr habt die wertlosen Pläne gefunden. Ihr müsst hier bleiben, damit ich sie sehen kann. Und nicht vergessen, es gibt überhaupt keinen Grund, dass ihr sie euch anseht. Tristan. Ruhig aber. Fertig. Denke ich jedenfalls. Äh! Wir wurden... Euthanisiert. Ja. Ich wollte gerade sagen... Ich höre Stimmen. Nur eine. Und dann hat uns die Stimme kaputt gemacht. Ja. Paranormal Activity 5. Tausend. Lass mal kurz ne Aufnahmepause machen. Warum? Ich hab mal was vor. Ach so. Ach so. So Leute. Der Tristan hat was vor. Äh. Wir sehen uns weiter oder wieder beim nächsten Part. Genau. Wenn es wieder heißt. Let's fail. Portal 2. Ich hätte es nicht besser formulieren können. Haha. Bis gleich. Ciao.